Hatte ich schon erwähnt, dass ein Hotel ein ständiges Kommen und Gehen ist? Vielleicht sind wir deshalb so dankbar für die kleinen Dinge im Leben. Sie wissen schon, was ich meine. Diese Sachen, die scheinbar nichts bedeuten, aber an die wir uns für immer erinnern werden. Weil vielleicht genau die den Unterschied machen zwischen all dem Kommen und Gehen. Hotel Heidelberg. Freitagabend im Ersten.